Ajo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, irgendwie... Ja, jetzt läuft sie wieder normal los und holt Zeug. Wir sind immer noch dabei, die erste Ebene unserer Burg zu füllen. Wir sind aber schon recht weit, also wir haben noch das Stück hier und dann das Stück hier. Warten darauf, dass unsere Steinvorräte ordentlich abnehmen. Wir haben schon fast den ganzen Berg hier abgetragen, das heißt wir müssen irgendwann mit dem Berg hier oben anfangen. Wir werden jetzt ein, das ist schon zu заб und das ist schon ganz klein, was wir sind jetzt hier im Raum für das Stück hier. Und dann kneeln wir uns das Stück hier, und dann ist es schon gleich, dass wir uns hier oben befinden müssen. Immer wieder auf einmal, was wir sind immer noch einig? Also schon Sie haben wir uns hier oben da vom Berg, jetzt sind wir uns hier oben drauf, und dannculpe ich das Stück schaden. Wir haben uns hier oben, Ich werde das Stück schaden. Jetzt aber erstmal hier auffüllen, dann kommt die zweite Mauerreihe dran. Ja, das wird zum Glück gerade etwas heller wieder, weil es aufklart und der Co-op Mund scheint. So, dann hoffen wir, dass sie bald hier das restliche, die paar Dinger auffüllen, dass wir wieder verschieben können. Ich glaube, dann können wir so verschieben, dass wir den Rest abdecken können. Ich glaube, dann können wir so verschieben, dass wir den Rest abdecken können. Und es reicht gerade so. So, das heißt, das wird dann richtig gefüllt. Wenn wir bei 3000 unten sind, schicken wir die Jungs wieder in den Steinbruch. Also die, die gerade hier auffüllen. Und dann haben wir bald nur noch das Fitzelchen hier zum Auffüllen, also den Rand, den Fünfbreiten. Das wären 36 mal 5. So, ja, aber wie ich jetzt gerade drauf gekommen bin, das kann man super als Lineal verwenden. 36 mal 5 sind 180 Felder. So, das sollten wir heute eigentlich dann auch schaffen, denke ich mal. Hoffe ich mal jedenfalls. Na gut, die haben auch schon ein gutes Stückchen aufgefüllt. Wir sind schon bei über der Hälfte. So, dann kann ich die mal langsam in den Querby zurückschicken. So. Ich kann den Task schon mal ein Stück in die Richtung verschieben. Und sie alle weiterfüllen lassen. So. 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 Okay. Nein, ihr hört auf, komische Sachen zu machen. Böse. Böse. Oh, okay. Oh, ich sehe gerade, ich bin 1 zu niedrig gewesen. So, dann haben wir ja noch ein bisschen was. Okay, wie sieht es hier jetzt aus? Es fühlt sich langsam nur wieder sehr komisch. Ah, ja. Okay. 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 Das Gute ist, weil sie nehmen jetzt meistens die Treppe so, wie es aussieht. So, vier Ebenen haben sie noch. Und dann noch den Großen hier. Wie niedlich, mal wieder. So. So. Sieht wirklich aus, was sie gerade wieder machen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 97 noch, okay, ist noch ein bisschen was. Was ist noch ein bisschen was. Geh! 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 Okay. Die Treppe bringt mir voll nichts irgendwie. Die Treppe bringt mir voll nichts. Das war's für heute. Hallo. Oh, räum mal wieder auf. Da liegt noch ein Steinchen. So, jetzt kannst du. So, und dann sollten wir jetzt langsam mal den letzten Corby planen. Äh, das ist ein Flat-Task, den brauchen wir nicht. Wir brauchen Corby. So. Äh. So, das sollte dieses Mal hinhauen. Okay. So. So, klar. Okay. So, ich mach das einmal an. So, hier sind sie auch bald fertig. So, hier sind sie auch bald.